und ich begrüsse sie kein halten mehr auf der insel und es ist hochsommer diskutiert wird regelmässig ein kontroverses thema und darum wollen wir klarheit in die sache bringen sebastian ramschbeck wie schätzen sie das ein staubsaugern danke nach brüssel danke sebastian ramschbeck prostitution die anderen nennen es prostitution 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 gäbe es zwar nicht sagt die frauenzentrale prostitution ein prostitution 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 die aargauerinnen sind dafür prostitution 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 menschenwürde das ist sicher nicht im in der schweizer bevölkerung ohne konkreten fahrplan im anschluss wird ein dreiseitiges papier präsentiert hinter dem angeblich jeder minister steht ich will gebratenes schweinefleisch essen steht in einem brief da muss ich selber schauen hieß es in einem anderen auch unter bundesräten wird viel gelacht sehr beunruhigend doch die zeit die rennt es ist die hoffnung auf ein wunder bleibt heute niemand trocken argentinien deutschland portugal spanien die usa kanada mexiko panama heidi jamaika peru dominikanische republik norwegen schweden und island und finland und deutschland ist euch ja bekannt ja 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 schweizer und österreicher tschechen slowak juseppe türkei griechenland noch immer ist jeder griecher arbeitslos indien pakistan burma afghanistan thailand nepal und bhutan und kambodscha malaysien bangladesch asien china korea japan kanzler schweizer und kanzler schweizer und schweizer volkswana mosambik zambia swaziland gambia guinea algerien ghana burundi lesotho und malawi togo sahara sahel sun und nun nigan äthiopien guini bis hau madagaskai ruanda mallorca kaman hongkong abu dhabi katar und auch serbien slowenien kroatien und auch bosnien monaco liegt in stadt geniessen sie den schönen sommerabend auf wieder lorca ich habe da mal eine übersicht gemacht über dem europa wetter all die mitte nand meteo ist ihnen präsentiert worden von rise halleluja ich wünsche euch einen schönen in jeder hinsicht gut gefüllten sonntag die mitte